Beruf? Freiberufler. Okay. Ich hab Fretchenwärter. Nix da! Ey, du hast Tierwärter. Es gibt auch Fake, ob dir die Spezialperson... Fretchenwärter, Entschuldigung, das sind Tierpfleger. Kein Fretchenwärter. Habt ihr nicht eine Person, die spezialisiert sind mit Fretchen? Außer dem Fretchen? Das sind Frettchen. Ja, hab ich jetzt. Das ist mit F auf jeden Fall. Du hast es sogar mit D geschrieben. Die Fretchen. Keine Lachen.